Hallöchen und Willkommen zu einer neuen Folge. Wir machen natürlich wie immer sofort weiter, weil ich glaube lange Begrüßungen sind auch eher langweilig. Jetzt habe ich aber eins vergessen. Ich teste das mal kurz. Ach scheiße, ich hasse das. Ich weiß nicht woran das liegt, wann das kommt. Es ist jedes Mal. Ach mach ich halt nachher ein Screenshot. Ich muss einfach wieder neu starten und dann geht es. Das ist echt ezent mit diesem Effekt. Ich weiß echt nicht woher das kommt. Das muss irgendeinen Mod verursachen schätze ich mal. Weil es halt eben nicht dauerhaft ist, sondern einfach immer nur, wenn ich irgendwas anscheinend mache. Warte. Ich würde mal den Helm da reinpacken. Eigentlich. Warum laufe ich ohne Helm rum? So. Warum laufe ich ohne Essen rum? Ist hier viel wichtigere Frage. Haben wir ja nicht so, ne? Ne. Naja, ich muss ihn nachher gleich essen holen, aber erst mal bauen wir jetzt noch weiter. So lange es geht. Hier kommt die ganze Schmoller von oben herunter. What? Das hört, als ich dachte. Na, machen wir gleich. Moment. Ne. Ich sehe gar nicht, wo ich am Ende bin. Es ist Köcke. Das kann weg. Das ist nicht. Ähm. So müsste das korrekt sein. Hoffe ich. Oh, das ist übel. Ne. Sie sehe ich übel hier. Dass das so hoch ist. Ja, guten Tag. Oh, wartet schon der nächste Geier. Oh, dass wir sterben. Mann. Schon so ein bisschen nervig. So, musste kurz husten. Entschuldigt. Müssen wir halt mal den hier machen kurz. Noch ein. Oh, da haben wir zu viel. Nein. Ähm. Ja, wie war das jetzt? Einfach. Hä? Wieso? Hoffe ich. Bin ich der Pech. Oh Gott, wie kann das Wasser weggeht, ey? Hilfe, helfe, helfe, helfe. Das ist echt übel. Achso, geht ja nicht. So, ohne weiteres erwartet gerade. Hm. Das ist alles weg. Hier machen wir mal kurz einen drin. Okay. Was war das? Das ist wieder kurz gehangen. Kann gut sein. Na, den. Oh. Oh. Ja. Ja. Ja, eins fehlt. Wort. Das ist nicht wunderbar. Wir machen es einfach so. Hm. Das ist echt übel hier gerade. Ich weiß nicht, wie ich das kriegen soll. Dass es gleich aussieht nachher. Hm. So. Gut. So. 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 Das müsste auf jeden Fall auch weg. Dann kann auch das weg. Eieiei, die ist angekündigt. wenn man nicht weiß wie und wo und wann das besser zu erkennen hier sehr schön immer für den mund bitte so man das ist nicht hilfe und sonst so geht es euch gut also geben euch habt ihr eine schöne zeit mit was auch immer ihr tut toll und das muss man so warum er für mich verarschen hier mich da richtig verarschen ist das meine güte also manchmal glaube ich das spiel verarschen so das müsste wieder bleiben das kann weg der herr eigentlich nicht geschafft diese seltsame ecke aber nicht gleich aus wie da hinten das ist das problem was ich glaube ich haben werde anstrengend hätte ich nicht gedacht dass es so kompliziert werden wird dachte ich auch einfach wegkommen und dann ist gut dann kommt sowas aber wir haben es bald geschafft dann ist endlich mal ja außer sowas passiert wieder das verzögert und doch wieder einiges das war draufhauen ja noch immer auch wenn es hier schon wieder bergab geht so mit dem youtube kanal genau genau so bergab gedacht dann noch wir sollten wirklich bald was essen und aber wenigstens das hier noch fertig machen auch menu auch menu lass das doch wieso bildet sich da immer ein scheiß wasserblock wo spiel dass das gefälligst hat sich keine zu bilden ach ja noch gott noch ein account so dann haben wir es gleich fertig das war der manchmal so weg so das haben wir geschafft bestimmt schon tausendmal so gesagt ist mir aber egal auf nach hause wir sind ja die ganze zeit zu hause gehört ja alles zu unserem zu hause dazu dann wollen wir mal hier reingucken erst mal ausleeren ich so machen können das ist noch weg das glas behalte ich mal wir kommen gleich weg dann gucken wir mal nach was und kein steak mehr jetzt ist das nicht steak ist doch nicht beef oder nein müssen doch noch das problem ist das problem ist ich kann jetzt hier 50 mal durchscrohen ich werde es eh nicht sehen wenn es nicht da ist das wäre seltsam bei der meinung dass wir sowas noch haben nur so viele kühe da oh motten haben wir das regal so ach so und ich wurde auf was hingewiesen das habe ich ganz vergessen aber das hat von mir da rein ähm ne das kann ich ja gar nicht hier gucken ich habe dem den falschen befehl gegeben wo war er ne doch oben ne entschuldigung ja ja ähm nein nein das gerät so ich hier da hat er den falschen befehl das ist natürlich nicht ein block 39 sondern ein block ist 1 dann funktioniert das nachher auch mit dem craften das kommt wieder oben rein und den kommt da rein können wir das nachher auch normal craften muton guckt macken ach wir haben schon so viel davon wir haben eine matten gegessen nachher davon hatten wir so viel stimmt ich hatte Wolle gemacht ja davon haben wir ganz viel nachher ok ich nehme was da rein ähm ja dann lehre ich mal hier ups egal wieder alles aus so du kommst wieder rein brauche ja nicht da rumgammeln auch wenn wir Platz ohne Ende dran haben so ähm ich such mal nach Ed Mo Tania sehen welche Blöcke wir da so haben wir könnten Living Rock nehmen wie wurde es auch nicht schlecht Schimmer Rock der lüchtet dann so kann man aus denen hier vielleicht aus denen kann man auch Blöcke machen so bestimmt ganz schön nach wohl Element Elementium geht ja noch so dann machen wir das Recipe wie macht man das Mana Steel Ingots ok machen wir einfach mal ein paar davon wir haben es ja ähm Iron wird wahrscheinlich nur eine Weine dauern gucken einfach mal wie viel wir da rauskriegen das soll jetzt nicht komplett aus den Blöcken werden keine Angst das soll nur so als Deku ab und zu sein ähm dann mach ich aber mal dringen so lange weg wir werden hier gleichzeitig aufgeladen das ist auch mal schön mal ganz kurz gucken ob das richtig ist ja ach ich finde das gut wir haben richtig viel maler hier mal über 64 rennen wir gucken ja das ist wieder also dann der Rest wieder kommt geht das ja er verschwindet zumindest nicht mehr und ich habe früher das Problem irgendwie weiß ich ob es nur mehr so ging oder anderen auch da ist der Rest einfach verschwunden hat sie nicht wieder zurück Inventar gebeamt Inventar gebeamt also wir haben es nicht wieder aufgesammelt und so geht es dann ja gut jetzt haben wir einiges alles getauscht und wie sieht das hier aus ziemlich leer Eis wir können mal gucken jawohl meistens das gerät mal wieder an und wenn wir wieder maler produzieren und auch hier ach das ding läuft ja durchgehend stimmt der polis nimmt ja nicht mehr so viel weg ne kann das sein hier bin ich trotzdem noch vorsichtig nicht dass sie überschüssiges doch behalten die bösen elfen ist nämlich nicht wie sehr man denen vertrauen kann da muss man vorsichtig sein also nicht vergessen elfen nicht unbedingt vertrauen man kann auch aus dem auch bestimmt da einmal dann würde ich nehmen ne den Boden vielleicht mit dem hier machen aber es soll halt Botania mäßig sein aber nicht aus Holz weil da so ein Bosskampf stattfinden und theoretisch wäre Holz dann für nicht so gut achso hier wird schon wie ich meine 21 am Netz hm mal gucken mal gucken oh das geht auf jeden Fall genau ein Stack 1 8 reicht genau für ein Stack mit der Schichtschild schon hm mal gut aber ein Stack wird nicht reichen für den Boden den Weg müssen wir auch noch machen obwohl der Weg nicht bis ganz in die Mitte muss wir gucken mal ne lass mich da den Weg wie hier machen also dieses schwarze Basalt und rolle Stheoret einfach hier wieder anfängt und bis dahin dann geht da das hier eh der Bosskampfraum wird machen wir den Weg nur bis hier würde ich so sagen das heißt alles hier drinnen kann ausgetauscht werden dafür bräuchten wir dafür bräuchten wir die wapping wand besser bilden und ist raus das raus da hier machen wir mal noch einen hin der steht auf 1 der steht auf 1 das war nicht der richtige ich weiß gar nicht mehr wo ich das hingelegt habe wir mal kurz drücken Moment Optionen Kontrollungs ähm falls ich es finde schieben das vielleicht Nein Overlays Movement hier auf N habe ich es gemacht ups äh so 7x7 achso wir müssen natürlich hier müssen wir es nicht auffüllen dann müssen wir noch Licht machen auch da müssen wir noch auffüllen dass ich es an den bildern wohnt nachher doch nochmal rausholen bäms und schon haben wir es verbraucht also wir brauchen noch ganz viel eieieieieiei es ist ja ganz toll, 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 toll achja Eisen einmal ein bisschen ironie bitte kann man eigentlich auch machen ein sollte doch auch eigentlich blöcke reinschmeißen können oder auch bestimmt mehr maler aber geht doch bestimmt ein endlich ja gut dann wissen wir was wir tun werden das alles zurück machen uns ein paar blöcke im glück schnippen wir mal wie viel wir davon machen können Oh, da ist wohl alle Ja Gut Jetzt ist natürlich das Problem Der Mana-Mangel Ein paar haben wir Das heißt, wir können wieder ein paar einsetzen Wir haben eh schon wieder 23 Minuten Alter, wie die Zeit vergeht, ey Aber so ist das, wenn man beschäftigt ist Dann geht das wesentlich schneller Würde ich sagen Dass ich das Offscreen weitermachen muss Weil, ihr seid ja, schon wieder alle Ich hier das hier aufgefüllt kriege Dauert das noch ein bisschen Und ich glaube, das ist ein bisschen langweilig Wenn ich jetzt die ganze Zeit rumstehe Und auf Mana warte Dass er erstmal produziert werden muss Ich glaube, das interessiert euch nicht so doll Obwohl es ziemlich schnell geht, muss ich gerade sagen So, machen wir das nochmal rein Jetzt sind aber echt ein paar Ah ne, die sind da oben aufgesteckt Okay Puh Gut, dann Müssen wir wohl erstmal abwarten Und wir gucken dann mal In der nächsten Folge Wie weit ich gekommen bin Wie lustig hatte ich heute zu machen Also, bis dann Bis zur nächsten Folge Macht's gut Tschüss Ihr habt euch wohl Ist schön scharf, vielleicht